Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast für kreative Transformation. Ich bin Verena König und ich freue mich von Herzen, dass du dir auch heute wieder Zeit nimmst, um zu lauschen. Ich hoffe, dass es dir gut geht und dass du einen angenehmen Start in das noch neue Jahr hattest. Es gab schon ein paar Gelegenheiten dazu, aber da das Jahr immer noch recht jung ist, möchte ich dir noch einmal von Herzen ein frohes neues Jahr wünschen und dir ein lichtdurchflutetes neues Jahr wünschen, das dir hoffentlich ganz, ganz viele Gelegenheiten dazu gibt, dich wohl zu fühlen, dein bestes Selbst zu sein, deine verletzten und versehrten Anteile liebevoll zu versorgen, wohltuende Begegnungen zu genießen, wahre Freundschaft zu spüren und Verbundenheit mit denen und dem, was dir wichtig ist, ganz bewusst zu erleben. In der heutigen Folge hörst du den Mitschnitt der Essenz aus dem Neujahrswebinar, was am 6. Januar stattgefunden hat. Vielleicht warst du live dabei, dann kannst du möglicherweise noch einmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen beim Lauschen und vielleicht hörst du das hier zum ersten Mal. In diesem Podcast ist sozusagen die Hauptsequenz des Neujahrswebinars wiedergegeben und wenn du gerne das Webinar in voller Länge anschauen möchtest mit dem Einsteigen und Ankommen und der Meditation zum Schluss, dann kannst du das auf meiner Webseite im kostenfreien Membership Bereich zu deiner Lieblingszeit gerne tun. Den Link zum kostenfreien Mitgliederbereich findest du in den Shownotes oder auch wenn du einfach auf meine Webseite gehst und dort wartet eine Schatzkiste von gesammelten Werken aus den vergangenen Jahren auf dich. Einfach zu deiner freien Verfügung, Meditationen, Webinare, Möglichkeiten, dein Nervensystem zu regulieren und dich tief zu inspirieren. Und jetzt wünsche ich dir wertvolle Inspiration und eine schöne und wohltuende Zeit beim Lauschen. Schön, dass du da bist. Ich habe zwei Aspekte herauskristallisiert in meiner Reflexion für das Jahr 2023. Meine Inspiration zu den Neujahrswebinaren, die hole ich immer aus den Begegnungen der Praxis, aus den Begegnungen mit Menschen in meinem Umfeld, aus den Erfahrungen, die einfach sich in der letzten Zeit ergeben haben und die ja immer dynamisch sind. Und ich finde es hilfreich, wenn wir Essenzen bilden, die uns eben unterstützen, uns auszurichten, statt zum Beispiel in einer Anpassung zu landen, weil wir nicht wissen, wohin wir uns orientieren wollen in unserem Inneren. Und diese zwei Aspekte, die ich für das kommende Jahr ausgewählt habe als mögliche Leitsterne, Orientierungspunkte, sind die zwei Aspekte Sicherheit und Loyalität. Das klingt vielleicht erstmal irgendwie nüchtern oder es klingt vielleicht so nach einem Tugendkarussell oder so, aber es geht hier um ganz wesentliche Essenzen für unser Nervensystem und darauf möchte ich gerne genau eingehen, weil ich mir so sehr wünschen würde für uns als Individuen und als Kollektiv, dass wir mit regulierten Nervensystemen unser frisch angebrochenes Jahr durchschreiten und dadurch Frieden kreieren, Heilung kreieren, Begegnungen kreieren, die guttun, Lebensfreude ermöglichen, Lebendigkeit gestalten und einfach leben. Ja, also werde ich jetzt erstmal auf Sicherheit eingehen und dann auf Loyalität und dann auch noch beschreiben, wieso ich glaube, dass diese beiden Qualitäten gemeinsam ein geniales Potenzial ergeben können. Sicherheit ist ein Begriff, der in meiner Arbeit als Traumatherapeutin und in meinem Podcast beispielsweise, wo ich ja traumasensibel Wissen vermittle, eine ganz große Rolle spielt. Und wenn ihr mir vielleicht schon hier und da und dort zugehört habt, dann wird das Wort Sicherheit euch schon vertraut sein. Und auch dazu gibt es ganze Podcast-Folgen, wo es um Sicherheit geht und die Relevanz von Sicherheit. Und ich packe das jetzt in eine kleine Nussschale und möchte es mal so beschreiben. Sicherheit, eine empfundene, erlebte Sicherheit, ist für unser Nervensystem eine Voraussetzung, damit wir gute Gefühle erleben können, gute Zustände erleben können, gute Entscheidungen treffen können, gute Handlungen vollziehen können. Und mit gut meine ich nicht richtig oder falsch oder sowas wie zwischen gut und böse muss man differenzieren, sondern gut im Sinne von menschlicher Verbundenheit, dem Leben zugewandt, mit dem Leben verbunden. Und empfundene Sicherheit ist etwas, was für viele Menschen, die Trauma in ihrem Hintergrund, also in ihrem Lebenshintergrund haben, für die Traumafolgen eine Rolle spielen, ob bewusst oder unbewusst. Sicherheit ist für Menschen, die das tragen, häufig wirklich erstmal ein Buch mit sieben Siegeln. Etwas, was fremd erscheint, etwas, was unerreichbar erscheint, etwas, was sich anhört wie ein Lehrerbegriff. Gleichzeitig ist es so, dass wir alle immer nach Sicherheit streben und Sicherheit nicht nur als eine Abwesenheit von akuter Gefahr, sondern Sicherheit im Sinne eines Erlebens von Geborgenheit, als eine Qualität von im Hier und Jetzt sein können, wie ich bin, wie ich mich fühle, wie ich denke, wie mein Körper ist. Also so, wie ich da bin, da sein zu können, ohne dass das in irgendeiner Weise Unruhe, Bedrohung oder irgendetwas Ähnliches stiftet. Also Sicherheit ist etwas recht Komplexes und für unser Nervensystem etwas sehr, sehr Wesentliches. Und ich lade euch ein, wenn ihr zu diesem Begriff mehr Informationen wollt, dann hört euch die Podcast-Folgen zum Thema Sicherheit an. Wir schicken euch ja eine Mail mit der Aufzeichnung und da können wir euch dann auch ein paar Folgen nochmal verlinken, in denen ich diesen Begriff nochmal viel tiefer erläutere. Das wäre zu viel für heute Abend, aber ihr könnt da tiefer einsteigen, wenn ihr das Bedürfnis habt. Vielleicht kann die Vorstellung von Sicherheit in diesem Moment einfach sein, dass Sicherheit ein Zustand ist, in dem unser Nervensystem sich befindet und der uns eben ermöglicht, im Hier und Jetzt zu sein, Mensch zu sein, jenseits von Stress, Gewalt, Unfrieden, Abgeschnittensein, Schmerz, da zu sein oder auch mit dem, was da ist, da zu sein, aber uns dabei genügend geborgen und gehalten zu fühlen. Ich möchte uns alle gerne einladen, in diesem Jahr, das vor uns liegt, Sicherheit zu suchen, also sie zu finden, möchte ich lieber sagen, Sicherheit zu gestalten und Sicherheit zu geben. Und das können wir vielleicht auch mit ein paar Fragen angehen. Wenn wir Sicherheit finden wollen, dann könnten wir uns beispielsweise mal fragen, ganz einfach fragen und auch da wieder nach intuitiven Antworten lauschen, wo in deinem Leben fühlst du dich sicher und geborgen, mit welchen Menschen, an welchen Orten beispielsweise oder bei welchen Tätigkeiten. Und es ist gut, die Ansprüche hier etwas runterzuschrauben und nicht sowas zu erwarten wie, da fühle ich mich einfach so mega gut dabei, sondern wo fühlst du dich ausreichend sicher und ausreichend geborgen, sodass du sagen kannst, das mache ich gerne, da komme ich zur Ruhe, bei dem Menschen habe ich nicht das Gefühl, jemand sein zu müssen, da bin ich einfach. An dem Ort macht mein Nervensystem, also was könnte das sein, vielleicht was ganz Kleines und vielleicht möchtest du da einmal für dich reinlauschen und auch gerne in diesem Augenblick lauschen und mal schauen, ob dir etwas einfällt, ob dir etwas in den Sinn kommt. Für mich ist das der Wald, mein Bett, meine liebsten Menschen, Musik zu machen, zu lesen, kreativ zu sein, das sind alles für mich sichere Tätigkeiten oder Menschen und Orte. Vielleicht wird es für euch spürbar, dass Sicherheit etwas ist, was wir wirklich auch extrahieren können. Also wenn ihr euch eben noch fragt, was ist das mit der Sicherheit und euch jetzt einfällt, kochen, in der Natur zu sein, Yoga, bei meiner Liebesbeziehung, im Bett, in meiner Yoga-Gruppe, dann habt ihr in diesem Moment gerade Zugang zu der verkörperten Empfindung von Sicherheit. Sich das bewusst zu machen, ist sehr wichtig und sehr gut und unterstützend, gerade für die Momente, wo wir vielleicht Angst haben, uns unwohl fühlen, die Orientierung verlieren, den Kurs verlieren. Ja, also lade ich euch ein, euch das auch immer wieder bewusst zu machen oder die Gelegenheit heute zu nutzen, das mal zu notieren. Und wenn wir Sicherheit finden wollen, was ja gerade hier in dieser Frage das Anliegen war, dann können wir uns auch eine andere Frage stellen. Die ist etwas unbequemer, aber die ist auch wichtig, um Sicherheit zu finden und zwar die Frage, wo in deinem Leben bist oder fühlst du dich eben nicht sicher? Welche Menschen, welche Orte, welche Tätigkeiten, die du tust oder mit denen du zusammen bist oder wo du bist, geben dir ein Gefühl von Unsicherheit, von Bedrohtsein, von Anspannung? Das könntest du dir auch einmal bewusst machen. Du musst nicht tief reintauchen, sondern es sozusagen so weit an die Bewusstseinsschwelle lassen, dass es dir einfach jetzt gerade bewusst werden darf, ohne dass du gefühlsmäßig einsteigen musst. Und sich diese Frage zu stellen hat den Sinn, die Entscheidung zu fällen, damit zu beginnen, diese Kontexte zu verändern. Etwas zu unternehmen, einen Prozess einzuleiten, der dabei hilft, die Kontexte, wo man nicht sicher ist, entweder zu verlassen oder sich selbst innerlich so zu entwickeln, dass der Kontext sich verändert. Also hier so ein bisschen vielleicht die To-Do-Ebene. Und wie ich schon sagte, Bewusstsein ist wichtig. Und wenn wir bewusst wissen, wo wir uns nicht sicher fühlen, fällt es uns leichter, Sicherheit zu fühlen. Also weil wir dann wissen, wohin wir stattdessen streben können. Und dann komme ich zu diesem nächsten Begriff, den ich eben schon ankündigte. Also ich sagte, ja, es geht darum, Sicherheit zu finden, Sicherheit zu gestalten und sie zu geben. Und dann wäre also der nächste Schritt, Sicherheit zu gestalten. Und da ist die Frage, und das ist wieder eine sehr ressourcenorientierte Frage, was kannst du dir selbst geben, um dir Sicherheit zu geben? Was kannst du tun, um dir Sicherheit zu geben? Und vielleicht fallen dir hier ganz viele Sachen ein. Ich hätte so eine kleine Essenz, die vielleicht übergeordnet sein kann. Und ich teile sie direkt, damit es nicht zu kopfelig wird. Wie kannst du dir selbst Sicherheit geben? Ich würde sagen, indem du dich ernst nimmst. Indem du dich ernst nimmst. Indem du nicht über dich hinweg gehst. Indem du deine Empfindungen nicht kleinredest. Indem du deine scheinbaren Unzulänglichkeiten nicht bewertest und dich damit runter bügelst. Sondern indem du ernst nimmst, was da ist und dich dabei ernst nimmst und dir zuhörst, nach innen lauscht und rausfindest, was du brauchst. Ja. Man sagt so oft, nimm dich doch selbst nicht so ernst. Oder manche Menschen glauben, wenn sie sich ernst nehmen würden, würden sie zu egozentristisch irgendwie denken, draufkommen. Aber sich selbst ernst zu nehmen, hat etwas mit der eigenen Würde zu tun. Es hat etwas damit zu tun, sich selbst nicht minderwertig zu behandeln. Also sich selbst nicht so zu behandeln, als wäre man weniger wert als andere. Ja. Also indem wir uns ernst nehmen, können wir Sicherheit gestalten. Das vielleicht als Prinzip. Und dann ist da dieser Punkt, Sicherheit zu geben. Und ich finde den ganz wesentlich. Also Sicherheit auch in unsere Welt zu geben. Uns wahrzunehmen als Teile einer Gesellschaft, als Mitglieder eines Kollektivs, als Menschenwesen, die in Beziehungen existieren. Und wenn es uns gelingt, etwas zu geben, was einem anderen Menschen Sicherheit gibt, eine wertschätzende Zuhörerschaft, Zuhörerposition, eine liebevolle Umarmung, eine Aussage wie, ich bin da, wenn du mich brauchst, ein wohlwollender Blick, ein freundliches Lächeln in einer stressigen Situation. Wenn wir Sicherheit geben, wenn wir sichere Menschen sind in verschiedenen Situationen, dann schenken wir etwas, was für jede Beziehung Gold wert ist, was in jeder Beziehung, in jedem Moment Fenster öffnet für Regulation, für Balance, für echte Verbundenheit und für manchmal auch den Wandel, den Shift, die Wendung von Disreguliert zu mehr Balance, zu Frieden, zu Lösungen, zu mehr Harmonie, zu mehr Lebendigkeit. Ja, okay. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen in meinem Redefluss. Vielleicht wollt ihr mal kurz durchschnaufen und ja, mal nachspüren, wie ihr gerade so da seid. Okay, dann gehe ich weiter in meinen Ausführungen. Und zwar war das jetzt das Thema Sicherheit und jetzt komme ich zu einer Brücke. Eine Brücke, die auch in Sicherheit führen kann, eine Brücke oder ein Verstärker für Sicherheit ist nach meiner Erfahrung, nach meinem Empfinden das, was ich heute Abend Loyalität nennen möchte. Und zwar zuallererst die Loyalität zu uns selbst. Und ja, auch das nicht im falsch verstandenen, in Anführungszeichen, egoistischen Sinne, sondern im Sinne dessen, dass wir uns treu sein dürfen, im Sinne, dass wir uns ernst nehmen und dass wir unseren uns wichtigen Werten treu sind, dass wir unserer Würde Loyalität entgegenbringen und ja, unserer Selbstachtung treu sind. Also es geht nicht darum, zum Beispiel einem Neujahrsvorsatz treu zu sein oder einer Morgenroutine treu zu sein. Kann sein, dass das wunderbar gut tut. Aber ich meine hier mit der Loyalität zu uns selbst, dass wir uns auch da gewahr werden und bewusst machen, wenn ich das verrate, wenn ich da nicht loyal bin, wenn ich das opfere, dann wirkt das destruktiv. Wenn ich diese Werte verrate, wenn ich diesen Grenzen überschreite oder oder zerfleddere, wenn ich meine Klarheit hier opfere, wenn ich meine Würde opfere oder meine Selbstachtung hinten anstelle, dann wird es destruktiv für alle Beteiligten. Auch wenn irgendjemand davon profitiert, ist es unterm Strich im großen Ganzen eine destruktive Dynamik. Also Loyalität, wenn ich ein bisschen vielleicht, wie soll man es nennen, pathetischer unterwegs wäre, würde ich es vielleicht Selbstliebe nennen. Ja, Loyalität als ein Ausdruck von Selbstliebe, Loyalität als ein Ausdruck von Wertschätzung und Bewusstsein über die eigene Präsenz. Ja, und vielleicht wollt ihr in diesem Moment einmal nachspüren, wie sich das anfühlt, Loyalität in diesem Sinne als Ressource zu betrachten und vielleicht auch die Potenziale von Loyalität zu spüren und auch wahrzunehmen, wo das quietscht. Also wo etwas im Inneren vielleicht sagt, das ist mir zu rigide oder Loyalität ist irgendwie was für konservative Menschen. Oder wo vielleicht etwas im Inneren sagt, ich kann das nicht. Es gelingt mir nicht. Ich bin nicht wert, dass ich mir treu bin. Ich habe zu viel Angst, als dass ich mir treu sein kann. Es ist okay, all das wahrzunehmen. Es ist wunderbar, sich darüber bewusst zu werden und dann, wie ich es gerade auch im Chat lese, eine wunderbare Synchronicität dem Mitgefühl entgegenzubringen. Also uns selbst an den Stellen, wo das quietscht, selbst Mitgefühl zu schenken. Ich möchte noch einen Aspekt der Loyalität hervorheben und dann schon bald in Richtung Quintessenz kommen. Und zwar würde ich gerne die Perspektive anbieten, die Sichtweise anbieten, dass Loyalität auch ein Aspekt der Selbstbestimmung sein kann. Wir verknüpfen Loyalität häufig mit sowas wie zwängen oder sich unterwerfen müssen. Und hier in diesem Kontext, wo wir zu uns als menschliche fühlende Wesen mit Nervensystemen schauen, ist Loyalität ein Helfer für Sicherheit, weil Sicherheit immer dann verloren geht, wenn wir unsere Grenzen verletzen, wenn wir uns zu sehr anpassen oder eben uns verraten. Wenn wir uns in unseren wahren Bedürfnissen also nicht loyal sind, dann verlieren wir Sicherheit bzw. wir wählen eine Scheinsicherheit, eine Pseudosicherheit. Wir rutschen in eine alte Überlebensstrategie. Ich bin sicher, wenn ich mich anpasse. Ich bin sicher, wenn ich mich selbst zurückstelle. Diese Beziehung wird halten, wenn ich mich ganz auf den anderen ausrichte. Ich werde in diesem Job einen sicheren Arbeitsplatz haben, wenn ich keinerlei eigene Bedürfnisse anmelde etc. etc. Also wir opfern häufig unsere Selbstbestimmung zugunsten einer Scheinsicherheit. Und wenn wir uns darin liebevoll üben, uns selbst loyaler zu sein, dann entwickeln wir eine ganz andere Qualität von Sicherheit in unserem Leben. Loyalität bedeutet also, dir selbst verbunden zu sein und dir selbst gegenüber verbindlich zu sein. Und das dürfen wir üben, mit Gefühl mit uns selbst haben, wenn diese Übung schwierig sich gestaltet. Liebevoll wohlwollend mit uns sein, wenn wir in alte Muster rutschen. Die dienen dann zur Entspannung sozusagen, weil das Üben anstrengend ist. Toll ist, wenn es uns bewusst ist und wenn wir nach und nach also aus den Überlebensmustern herausfinden können und aus der Fremdbestimmung, also aus dem Fremdbestimmtsein von unseren Überlebensstrategien uns sanft befreien können. Also wenn wir uns selbst und diesen menschlichen Werten, die für alle gewinnbringend sind, loyal sind, dann kann heilsames Geschehen und auch Heilung geschehen. Also lade ich uns ein, also ich habe mich dazu bewusst eingeladen, dieses neue Jahr dem Gestalten und Schenken von Sicherheit zu widmen, es der Verbundenheit zu mir selbst zu widmen, der Loyalität zu mir selbst zu widmen, manchmal auch der Suche nach mir selbst, wenn ich mich da und dort noch nicht kenne und eben auch dieses Jahr der Verbindlichkeit zu widmen, im heilsamen Sinne jenseits von Rigidität und Zwang und Unterwerfung voll und ganz ausgerichtet auf das Wahrhaftige und Heilsame, was wir teilen können. Gut. Ich hoffe, dass ich vermitteln konnte, dass ich gut rüberbringen konnte, dass Sicherheit und Loyalität Aspekte sind, die wir als Kursparameter nehmen können in diesem Jahr und die uns individuell helfen, ein schönes, lichtvolles, kraftvolles, verbundenes Jahr zu gestalten, als auch in unserer kollektiven Verbundenheit wertvolle Wirkung entfalten kann. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du viel aus meiner Begrüßung im neuen Jahr mitnehmen konntest. Wie zu Beginn schon gesagt, wünsche ich uns allen ein lichtdurchflutetes und ganz, ganz wunderbares und heilsames Jahr und ich danke dir sehr, dass wir verbunden sind und vielleicht auch schon ein Stückchen des Weges gemeinsam gegangen sind. Ich freue mich sehr, wenn wir auch dieses Jahr ein Stückchen weitergehen und ja, ich hoffe, dass ich dir mit meinem Content hier, mit meinem Podcast und allem, was ich so in die Welt trage, etwas Guttundes anbieten kann. Wenn du gerne über solche Aktionen wie das Neujahrswebinar immer rechtzeitig informiert sein möchtest, dann empfehle ich dir, dich für meinen kostenlosen Newsletter einzutragen. Dann bekommst du jeden Freitag eine Mail passend zur Podcast-Folge mit einer schönen Inspiration und ein paar Infos aus den, hinter den Kulissen sozusagen und du bekommst als Erste, als Erster mit, wenn wir etwas Neues auf den Weg bringen. Wenn du gerne meinen Podcast unterstützen möchtest, also einen Teil dazu beitragen möchtest, dass er viele Menschen erreicht, also das Wissen über Trauma und Traumadynamiken auf hilfreiche Art und Weise in die Welt gelangt, dann kannst du das ganz einfach tun, indem du ihn weiterempfiehlst und indem du beispielsweise auf YouTube einen Daumen hoch dalässt, einen Kommentar hinterlässt, den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst oder beispielsweise auf iTunes ein paar Sterne dalässt und eine Rezension oder wo auch immer du den Podcast lauschst, einfach eine kleine Bewertung zurücklässt. Die künstliche Intelligenz nimmt das dann als Motivation wahr, den Podcast noch sichtbarer zu machen. Also ich danke dir von Herzen für dein Dasein, für unsere Verbundenheit und ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag und ja, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Eine liebevolle Zeit und freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Bis dann, alles Liebe zu dir. Tschüss.